weder nicht die funktioniert nicht ich weiß nicht wie ich wie die funktioniert bei mario wie gesagt bei mario ist die viel besser das ist viel leichter ist irgendwie komisch so hier rüber springen komm schon ja jetzt hier stehen und nein wie gesagt ich verliere die meisten leben an dieser stelle das hat man bestimmt auch schon gesehen ich hase dieses level ich habe jetzt schon fast 20 leben hier verloren ja es kommt in 20 komm schon spring spring mädchen ach man warum springst du denn nicht das finde ich nicht nett von dir zumindest ruhig mich gerade etwas ja ich gewöhne mich daran dass ich hier sterbe das ist nichts besonderes mehr ist okay ja gewöhnt sich irgendwann dran trotzdem würde ich es gerne schaffen da ich gerade meine zeit und eure zeit so ein bisschen verschwende würde ich mal behaupten ja nein nein oh nein ich hatte es fast ich hatte es fast hi tschüss tschüss dieses level ist so beschützt seit boah ich kann nicht weiter runter bitte ma bitte 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 ich muss hoch ich muss toll jetzt springst du marissa ganz toll das ist super Ich verstehe es nicht, wie ich das machen soll Ich muss irgendwie einen richtigen Moment die Sprungtaste drücken Sonst Ja, sonst accept es nicht Komm schon Komm schon Mädchen, du schaffst das Du kannst noch hochspringen, ich weiß es Du kannst das Nicht, gut Du kannst es nicht, ist okay Nein, es ist nicht okay Komm schon Ich muss dieses selbe schaffen Ich habe keine Lust, dieses blöde Flugschiff nochmal zu machen Das ist so blöd Ja Spring Mann, wie funktioniert das Ich weiß es nicht Das ist doof Komm schon Bitte Ich will das schaffen Yes Yes, yes, yes Ich habe es geschafft Hallo Mr. Pokey Tschüss Hier hoch, da hoch, da hoch Hier durch Yes Jetzt rennen Jetzt kommt die zweite Stelle Die beschissen ist Ja, 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 ja Ja, das war gut Gott Ja Nein 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 Oh, diese Warum kommt da noch so ein Scheißvieh Halt, jetzt muss ich kurz Luft holen Das war so knapp Ich war schon nervös Oh nein Da war eine Tür Vielleicht war das das Ziel Oh Ich war so nah dran, Leute Das gibt es gar nicht Ich würde sagen Wo ich diese Ich sag mal Ballwerferer schon gesehen habe Wusste ich schon Oh nein Warum Ja Ja Die hat es mir einfach eben total versaut Die hat mich Ne Das war nicht lustig Jetzt Ja, jetzt klappt das wieder nicht Toll Ich war so nah dran Oh, da passiert sowas Beruhigen Runterkommen Ich muss mich beruhigen Wenn ich so aufgeregt bin Dann quippt das sowieso nicht Spring Jetzt klappt es wieder nicht Oh, ist das Lustig Tralalala Das ist so lustig Nicht wirklich Ich bin gerade An verzweifeln Ich drehe gleich durch Und so Ja, ich habe ungefähr schon die Hälfte Meiner Leben hier verloren Das ist natürlich sehr lustig Spring Mädchen Spring Danke So Du Nein Jetzt hat sich nicht genug Anlauf Darüber zu springen Ich hasse das Ich hasse das so Sehr Da kam ich jetzt nochmal drüber Und dann passen So Eigenmist Das ist doch der reinste Mist hier Der reinste Bullshit Das ist nicht lustig Das ist nicht lustig Oh yeah Nicht lustig Das hat jetzt wieder gar nicht geklappt Ist sehr schön Ja Finde ich super Ist ja voll lustig Ist so lustig Ja, 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 ja Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll Ich hätte nur noch Mist Ich habe keine Ahnung Komm schon Spring Warum springt sie immer zu spät Das ist doch nicht lustig Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.